hallo ist der martin kohlen, mein Name ist Kies, das ist die DAX-Analyse für Montag den 2.9.2024 und unser DAX hat zumindestens zum freitag erst noch mal stärker bewiesen er ist ein bisschen ich sag mal unter der erwartung zurückgeblieben also da hatten wir durchaus ein bisschen ja wir haben gesagt auf wenn er über unsere kanten waren ja wenn er über 850 geht dass er sich weiter hoch drückt und bestimmt sogar so eine wie haben wir gesagt kotz kerze macht mit tages schluss auf tages hoch da hat er irgendwie nur also halb zugehört also die ist zwar tages schluss fast auf tages hoch geworden aber es ging ja darum wie haben wir gestern oder am freitag gesagt es ging ja darum dass die leute die hier ängstlich und verzweifelt sind weil sie eben die irgendwo short gegen geklopft haben noch nicht die nerven verloren haben und das ist so eine tages kerze kommen sollte die den leuten eben jetzt die nerven raubt wo die leute einfach rausspringen und irrational handeln weil der markt sie einfach überrumpelt das wollten wir sehen zum freitag kam so nicht er ist über 850 hat tages schluss auf tages hoch gemacht ist aber jetzt hier auch nicht merkwürdig ist der höchste tages schluss aller zeiten jetzt haben wir drinnen stehen ja so hoch hat unser dax noch niemals in seiner gesamten geschichte geschlossen deswegen hut ab dax starke leistung super statement und tada unterhalb hat man drüber gesprochen über diesen inverted hammer der sich aktivieren würde mit unterbieten von der 775 wir haben das durchgekaut was hätte wie passieren können wenn die 775 angeschossen wird er hatte gesagt das ist für mich ganz 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 wichtig ein ganz wichtiger punkt wenn er denn bespielt wird habe aber auch klar gesagt wenn über 850 geht ignoriere ich das komplett und dann wird er einfach nach oben hin weiter begleitet und so müssen wir am donnerstag entschuldigung am montag das ganze fortführen ich selber bin jetzt montag dienstag dann zu den ups geplant ich krieg meine mein material wieder entfernt was man mir vor einem jahr reingemacht hat nach meinem unfall ich weiß noch nicht wie ich das dann jetzt hier montag dienstag mit dem morgen analysen hinkriege deswegen seid mir nicht böse sollte das nicht klappen sitze ich aber da alles hat geklappt und mir ist stinke langweilig im krankenhaus dann wird es garantiert eine analyse geben irgendwo muss ich mich ja dann da beschäftigen aber sollte das nicht sein ja dann habt ihr auch verständnis wenn es dann vielleicht erst am mittwoch weitergeht wir haben jetzt für den montag die besonderheit dass wir eine wahl drin haben in thüringen und sachsen anhalt nicht in sachsen anhalt sondern in sachsen wurde gewählt sachsen und thüringen haben gewählt ergebnis ich glaube es wie erwartet würde mich jetzt verwundern wenn es den markt komplett aus den anker reißt zumal europäische wahlen im allgemeinen ja eigentlich mehr oder weniger den markt immer egal sind selbst große wahlen bundesweite wahlen wirklich nahezu komplett ignoriert haben schon oft gesehen jetzt haben hier zwei länder gewählt ob das den markt bewegt ich denke es nicht kann mir aber durchaus vorstellen dass der erste ich glaube das haben wir schon letzte woche gesagt ja ich kann mir durchaus vorstellen dass der erste des monats wie schon im august ein recht schwacher tag werden kann ja das würde mich nicht wundern wenn der markt einfach jetzt ist es ein hoher kurs ist es mit einem schwachen quartal es kommt in us weil ich würde zum einen oder anderen vermögens weiter gar nicht übel nehmen wenn der ihr sagt ach komm besser jetzt hier als wieder tausend punkte tiefer nehme ich doch mal ein bisschen risiko raus es wird hier gut reinpassen und deswegen würde es mich auch nicht wundern wenn es jetzt hier montag rot kommt ich weiß aber auch auch wenn es montag vielleicht keine morgen analyse gibt ich führe das einfach mal fort wenn die boden hat die tageskerze rot ist was ist natürlich der grund dann warum verkauft wurde na klar das schlechte wahl ergibt es so werden sie alle nachrichtensender titeln und dann werden alle denken ach ja schlechte wahl und so weiter und so fort das ist ja jetzt katastrophe deutschland geht jetzt zugrunde und so weiter und so fort und suchen sich dann am dienstag den short was macht dann der dienstag wenn der rot wenn der montag dann so schwach war sticht früh noch mal kurz nach unten an sammelt die alle short ein dreht sich um und dann stehen wir mittwoch donnerstag schon wieder oben auf einem neuen hoch ja so könnte ich mir das gut vorstellen wenn wie es jetzt hier in der konsequenz passieren kann sollte der montag schwach werden hätte auf jeden fall das donnerstagsschlussniveau als ziel um das gap zuzumachen bei 48 das ist ja offen geblieben und im allergrößten sprung könnte auch sogar eine 700 erreichen alle da müsste sich allerdings ganz schön strecken ja und das wäre dann auch support 700 650 ist wo jetzt so die prominenteste zone die mails erst mal drinnen finden können ja von wo er sich auch noch mal gut aufdrehen kann ja so ja kann man schon sagen 700 bis 650 ja die prominenteste das wäre dann aber für mich eher nicht zum montag dann das ziel sondern vielleicht zum dienstag vormittag eben die leute alle short einzusammeln sich wieder umzudrehen und nach oben zu hauen ja also hier unten hier oben einmal auf den channel oben drauf und dann wieder hochdrehen sowas wäre typisch wenn der montag ähnlich wie schon der erste august handelstag hier ähnlich abverkauft wird ich denke nicht dass das noch mal so durchdrückt wie es jetzt im august der fall war ja aber mich würde es auch nicht wundern wenn da jetzt ein größerer ein größerer schlag erst mal reinkommt der uns montag dienstag ein bisschen runter drücke muss aber dafür eben auch schwach reinkommen das heißt maximal früh am morgen zieltereröffnung kurz nach oben anzucken dann direkt umdrehen auf neues tagestief sowas würde reinpassen es würde reinpassen kleines abwärtsgap was offen bleibt vorsicht vor so den kleinen dinger die so unscheinbar sind so 20 punkte abwärtsgap wenn sowas offen bleibt das ganz 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 oft so dass daraus dann doch doch ein bisschen größeres übel erwächst ja da denken die leute immer ach das macht er schnell zu nehmen dann lässt er das offen leute stehen long trainer und er schiebt erst mal richtig durch die gegend die leute ja also da ein bisschen aufmerksam sein sowas könnte das einleiten ja einen schwachen montag sowas könnte das einleiten entweder dieses kurze klettereröffnung nach oben schubsen und direkt neues tagestief hinterher schieben oder aber gleich mit abwärtsgap reinkommen und dann gar nicht großartig anstalten nach oben zu machen sondern sich konsequent nach unten buddeln dann wären wie gesagt die acht was haben wir jetzt gerade gesagt 844 ist der gelbkloß das wäre dann das erste erste zielstation und im weiteren dann bis dienstag rein könnte sich das bis 700 650 nach unten ziehen ja wenn das wäre die das das schwächere szenario würde dann allerdings hier auch schon wieder eine gegenwehr nach oben erwarten bullisches szenario wäre wir halten uns oberhalb ja wohl gesetzt mal die grenze wir müssten die grenze auf dem alten hoch setzen also auf der 892 wir halten uns oberhalb von 892 können kleinere rücksetzer wieder aufdrücken und machen eben nicht nur so einen kurzen zitter statt nach oben sondern eben dann auch danach nach 9 30 nach 10 und 18 einfach neue tageshochs rein und weiter hochdrücken dann wird das wieder aktiviert was wir für den freitag sehen wollen dieses rauskotz ding was dann eben bis 1950 gehen kann 1954 ja 19 1 20 19 200 das sind die nächsten stationen jetzt hier eben auf dem weg nach oben punkt ja im 2-stunden-statt brauche ich gar nicht gucken der hilft uns nicht viel weil es viel zu gradlinie unterwegs ja da haben wir nicht viele schöne ansatzpunkte um irgendwas herzuleiten können wir zu machen das ist es ja das ist die einschätzung für den montag dienstag gleich mit damit ja schon fast bis zum mittwoch ja und dann drücke ich mir mal die daumen dass das mit den ops gut klappt aber ich sehe mich schon da drinnen vor langeweile ja tausend mails schreiben ja wir gucken mal also ich wünsche euch was erfolgreichen wochenstart gutes gelingen und dann ja vielleicht bis morgen schon wieder bis dahin tschüss